Wie ist denn im Nirgendwo? Hallo! Wie ist denn im Nirgendwo? Eigentlich war eben voll das schöne Licht und jetzt ist einfach alles neblig und verraucht und sieht einfach aus, als wäre man hier im Industriegebiet. Hier die Ascheflocken. Da hinten ist ein Schornstein. Ja, alles klar, wunderschön. Und wir beide sehen auch so richtig motiviert aus. Hallo? Also unsere Charaktere sehen schon gerade richtig so... Warum? Wie ist denn das runter... Der ist so mega elegant und ich fall einfach. Wie so ein Nashorn. Wie ein Nashorn? Wie kommst du denn auf Nashorn? Weiß ich nicht. Das finde ich jetzt schon diskriminieren gegenüber Nashörner. Oh, hier sind voll die Mücken. Ja gut, dass das nur ein Spiel ist. Oh, iiii, das ist wie Frucht... Fliegenflage bei mir im Zimmer gewesen war. Aber das ist alles in Ordnung. Es gibt keine Fluchten mehr im Zimmer. Bin ich sehr zufrieden. Nur so eine manchmal. Bis ich dann wieder irgendeine Bananenschale in meinen Müll schmeiße und dann wieder voll die Brutstätte habe. Woah! Und wird auch so magisch runtergespült. Oh, ich bin tot. Hä? Ich hab gar keinen Schaden. Gepallen. Ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt soll. Oh, ich guck mir das immer zu lange an und drück mich auf Respawn. Man sieht ja gar nichts. Ich meine, eigentlich geiles Licht. Aber gleichzeitig auch nicht. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Es sieht dann halt alles golden aus. Was eigentlich ganz cool ist. Aber okay, wir sollten mal gucken, was wir machen wollen überhaupt. Ja, das stimmt. Tägliche Herausforderung. Tägliche Herausforderung. Allgemeinovic. Hunde fotografiert. Hunde fotografiert. Wir müssen mit dem Boot fahren. Return. Return of the Ruderboot. Return of the Ruderboot. Stahlkopf Forengefangen. Ja, das machen wir mal nicht. Pferdpflege. 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 Pferd. Haba geraucht oder gekaut. Ja. Wölfe getötet. Okay, da sind einige Sachen dabei, die man machen kann. Hab ich schon wieder alles vergessen. Aber wir müssen in irgendeine Stadt. Lass mal in irgendeine Stadt und wieder Radau machen. Jaaaa. Wo? Da oben bist du. Ja, ich bin ja gestorben. Gestorben. Pferd. Wir sind ja bei Weltanlust. Jetzt ist voll das Dreckslicht hier. Wieder. Valentino. Voll das Dreckslicht. Drecks. Du bist Dreck. Pferd. Pferd. Jo, und Freitag kam übrigens nichts. Kein DVD, weil wir beide es vercheckt haben. Achso, ja, aber die werde ich jetzt heute einfach zu unserer normalen Zeit zusätzlich hochladen. Ähm. Okay. Weil das ist ja sowieso die eine Folge, die nur ich hab. Genau, das hat bei mir wieder nicht aufgenommen. Ich hab's aber auch in die Infobox geschrieben. So. Also ich hab's schon bereit jetzt. Aber da hab ich's auch vercheckt. Ja, shit, ich dachte, da wär' eine andere Folge, die heute dahin wird. Wie wieder runter eiers. Ja. Sprechen und Denken und. Und so richtige Lauf-Leger-Szenika. Bää, wie geht's? Bääää? Ää? Nвалlich, das sieht richtig hyperaktiv aus. Also das sieht eher nach ADAS aus, auch meine Liebe. Aber wie mich äääh… weiß nicht. Kann mein Pferd bitte kommen? Was ist das für ein goldenes Ding da? Warten. Das ist ein goldener Spieler. Ne, was ist da los? Oh, das ist ein Mond. Da braucht man halt Hilfe. Ein Mond! Achso, ich dachte, Alter, hier ist so doof. Ein Mond! Alter, bist du dumm. Hallo! Hallo! Allgemein. Wer bist du? Ja. Ja, machen wir doch. Wir haben sowieso nichts zu tun, also nichts Sinnvolles, außer täglich Herausforderung. Wir helfen dir! Okay, Pferdchen, kommen sie mal ran hier. Ah, da ist mein Pferd. Pferdchen! Ah, ich steig mal über ihn auf. Mein Pferd braucht noch ne Weile. Aber worin müssen wir denn? Oh, wir sind... Oh, wir sind noch nicht in einem Trupp. Scheiße. Warte. Warte, ich bin grad voll in der Brain aufgehauen. Ah, warte, wieder formieren. Ich kann's nicht wieder formieren. Ach, weil wir gerade... Nein, ich kann's nicht wieder formieren, weil wir's schon angenommen haben hier. Können wir den einfach töten? Hä? Hast du denn die angenommen, die Mission? Nein. Ach ja, nein, das ging ja nicht. Ach, sorry. Ja, warte. Oh nein. Mann, Mann, Mann. Ähm. Hast du denn die Mission auch jetzt? Warte mal. Nee? Aber ich hab die Mission halt in der Mission drin. Das heißt, nur ich hab ja in der Mission drin. Äh, 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 äh. Das hört mich. Da! Aha. Sammeln. Schokoblume, ja. Schokoblume, wieder so ne Schokoblume. Das hatten wir ja noch gar nicht. Wie Schokoblume. Das ist ja was ganz Neues. Ja. Sieht eigentlich einfach nur aus wie ne Sonnenblume, aber okay. Ja, komm, wir machen einfach da eine Mission. Ich renne da einfach auch hin und knall mit ab. Weil ich weiß halt nicht, wie man dann eine Mission abbrechen kann, so. Das weiß ich halt nicht. Macht bestimmt auch nichts. Geht das? Ja, das weiß ich ja nicht. Wüsste nicht wie. Vielleicht wenn ich sterbe. Aber ich glaube, dann läuft sie ja trotzdem weiter. Nee, muss nicht sein. Doch, sie läuft weiter, glaube ich. Kann auch sein, dass die Mission nun abgebucht... Ich weiß nicht. Wie schlau wir wieder sind, dass wir einfach nicht in den Schrupp gehen. Ja, wir haben ja lange nicht gespielt. Okay, das sind Wölfe. Oh, da können wir gleich unsere Wölfe töten. Oh, Wölfe. Wölfe. Wir müssen noch Wölfe töten. Oh, da sind ja richtig viel Rambazambatiere. Was ist denn hier los? Oh! Rambazambatiere? Ich weiß nicht, was es ist. Nee, ich kann dich abschießen. Wie stressig. Ach, stimmt ja! Ich will dich nicht abschießen. Aber nur, weil wir nicht in deinem Trupp sind. Und du bist jetzt einfach rot. Ja, nice. Hä? Du hast mich doch abgeschossen, oder nicht? Nee, ich hab dich nicht abgeschossen. Ach so, weil ich auf der Fall mit Pferdlings bin, ne? Aber du bist bei mir nicht rot. Das ist auch interessant. Okay. Wir müssen eine... Also ich muss. Nicht wir. Es weckt ja schon mal gut an. Ich bin halt eine liebe Seele. Hier müssen wir einen trennen. In der Trieb! Neweeeel! Ich muss doch schon mal... Ah, da! Oh, hallo! Ja, da sind ein paar Randale Menschen. Ich rade einfach mal rein. Ja, guten Tag, der Herr! Hier kann ja nichts passieren. Oh, hier vibriert's wieder! Hier, hier bin ich! Was ist denn hier los? Ja, warum haben die so lange gezögert? Sind so... Wie ich einfach hier gar nichts machen muss. Hä, das war jetzt ja irgendwie komisch. Was ist denn hier los? Aber wo klimpert's denn? Ähm... Egal. Ja. Oh, hier ist irgendwas... Klimperliges, oder? Das sag ich die ganze Zeit! Tut mir leid, das ist so schlimm bei unseren Aufnahmen! Ich... Wenn ich so fokussiert bin, ich hör halt nichts mehr. Es ist komplett hoffnungslos. Das mir fällt so oft auf, wie ich dich einfach mal fragen ignoriere beim Schnallen und ich bin so, ach du Scheiße, warum hab ich den einfach nicht kurz geantwortet? Ja, das hört mir auch voll oft auf. Das passiert mir auch. Wo, hä? Was hab ich wollte, ey? Ach, dahin. Hä, was ist denn hier jetzt für ne Actionmusik los? Noch ne Schokoblume? Ne, Traubenkraut. Noch ne... Ja, schon. Hä, was mach ich? Oh! Äh... Das wollte ich nicht. Egal. Traubenkraut, aha. Zum Sheriffsbüro von Valentine. Okay, dann sind wir doch noch irgendwie dann bei Valentine gelandet. Na, kommen sie mal dann... Was? Kommen sie, Madame, hab ich zu der Frau gesagt, die ich eskordiniere. Huiiii! Hier passiert gar nichts. Oh, hier geht's ja abwärts. Das ist ja nicht gut. Hä, aber wo ist denn die Schokoblume? Ich find die gar nicht. Das ist im Zelt. Im Zelt ist sie. Im Zelt? Wer baut denn im... Ach, daaa! Wer baut denn... Wer baut denn ne Blume im Zelt auf? Ja, aber gebaut wurde sie nicht. Hä? Äh, vielleicht sollte ich dir mal nachreiten und hier nicht... Ja, ich bin nur... ... in Lagerfeuerverspannung unterwegs. Okay. Oh, gut, ne? Ja, hier klimpert's aber immer noch. Es sind definitiv mehr Tiere unterwegs als vorher, also... Hier klimpert's immer noch, das kann doch nicht wahr sein. Guck mich hier einfach mal weiter im Lager und... Oh, nein! Oh, wie schön mit den Sternen! Ohhhh, jetzt sind die Sterne! Oh, falsch! Ich bin falsch geworden. Ach nee, egal. Die Milchstraße! 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 Das ist jetzt irgendwie doof gelaufen. Mit der Mission. Mit der Mission ist irgendwie dumm gelaufen jetzt. Ja, war halt wieder unsere Schlauheit-Aquise. Ja, wir haben unseren Schlauheits-Perk genommen. Einfach. Heißt auch so. Schlauheits-Perk. Schlauheits-Perk. Hä, aber hier bückelts immer noch. Ach, da ist ne... Hä? Da ist doch ne Schatelle. Bist du da immer noch? Ja. Oh, mein Gott. Ich dachte, wenn du dich nicht umguckst, guck ich dich halt um. Jajajajal, die mischen. Misch die Impossible. Ich nicht. Mann. Aber hier klimpert's halt immer noch. Aber es gibt auch häufig diesen Bug, dass es halt nicht aufhört. So, klimpert das ne Klimpel! Das, äh, ja. Ja, das könnte natürlich auch sein. Also, es klimpert eigentlich immer noch, dasselbe, dass man mal in die Lachen kommt. Ja, es ist der Bug. Ja, es ist... Ja, oh mein Gott, Wildschweine. Ach so, ich bin da auch so. Ja, ich bin in Valentine, wollte ich nur kurz sagen. Ja, ich hab jetzt irgendwie chronische Angst vor Wildschweinen, weil du davon immer angegriffen wurdest. Du hast davor Angst? Ich wurde angegriffen immer! Ja, ich hab jetzt das Gefühl, dass sie aggressiv sind. Wildschweine sind ja auch eigentlich nicht so ungefähr. Das liegt daran, weil du eins umgebracht hast. Das war dein fataler Fehler. Hey, aber... Ich hab doch keins umgebracht. Aber das war doch in The Forest. Ja! Da hast du doch schon mal... Da hast du doch schon mal... Da hast du schon mal ein Wildschweiner über. Doch. Nein. Doch. Nicht, dass ich wüsste. Doch. Dann kann ich dir genau raussuchen, die Seelen. Weiß ich mich noch? Nein, da bin ich nicht drum. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich weiß, dass es so zwei... Dass es einmal nämlich zwei Wildschweine da waren. Und ich einmal das eine umgeniedelt hab. Und du das andere. Ja? Achso, warum bin ich jetzt so langsam geworden? Nee, eins ist durchs Feuer gerannt. Ja, das kam frei, dass das eins war. Ja. Und da hab ich halt nichts getan. Da hab ich den nur beim Verbrennen zugelegt. Ist das nicht jetzt total egal? Wache reden! Ich hab auch schon... Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich hab's gemacht. Wow. Leute, hier spannender... Spannender Content am Start. Hallo! 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 Ja, guten Tag! Hallo! 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 Oh Gott, jetzt wird immer grünsiger. Hallo! 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 Hallo, Hallöchen. Und das hat, ja, das war voll süß. Das ist schon eine Story, die habe ich bestimmt schon häufiger erzählt, aber als ich in meinem Altersheim war und mein Praktikum gemacht habe, gab es so eine Frau, die eigentlich immer Hallo, Hallo so gegangen, immer gesagt hat, wenn man an ihr vorbeigegangen ist. Und irgendwann hat ein Pfleger mal zu ihr, ja, Halli, Hallo, Hallöchen gesagt. Und seitdem hat sie halt immer Halli, Hallo, Hallöchen gesagt, wenn man an ihr vorbeigegangen ist. Das war halt so richtig süß. Oh, das ist echt süß. Boah, hallo, okay. Oh mein Gott, die Folge nennen wir halt Hallo. Ich weiß gerade nicht, was ich mache. Ich komme gerade nach Valentine geritten. Ich bin, irgendwie haben wir diese Folge noch nichts gemacht, habe ich das Gefühl, also irgendwie. Ah, das ist richtig. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich lade dich jetzt erstmal in den Trupp ein, Moment. Ganz unangenehmes Gefühl. Ich habe gerade so unter meinen Kopfhörern so ein Haar und das wuselt so am Ohr rum. Oh Gott, das ist eigentlich so unangenehm. So ein Haar im Ohr einfach mal so. Boah. Wenn man jemanden so richtig sanft aufwecken will, dann nimmt man einfach so ein Haar oder so ein Haarbüschel und dann steckt man es ins Ohr. Boah, lecker. Davon wird man auf jeden Fall wach. Boah, mega unangenehm. Hey, der Trupp wurde die ganze Zeit formiert. Oh mein Gott, hier ist es richtig... Hä, ich verstehe ihn. Mach doch mal fertig hier. Ach, vielleicht bin ich doch nicht in deiner Nähe. Aber ich habe den Trupp jetzt formiert, alles gut. Boah, mein Pferd rastet gerade voll aus. Und hier bimmelt es richtig. Ich habe hier die ganze Zeit die Vibrationen. Die haben die Trupp. Ah, ja, die Vibrationen. Ja, die sieht schiek aus. Hey, was ist mit der Kamera bei mir los? Meine Kamera schwenkt komisch. Hä? Aus. Ich habe das Gefühl, sind irgendwie keine Menschen. Wir haben noch keine anderen Spieler gesehen. Moment. Haben wir... Seit wann bewegt sich die Kamera so mit, wenn man steht? Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 Leute in der Lobby, würde ich kurz sagen. Ja, cool. Das ist ja ganz normal. Hä, bin ich jetzt im Trupp drin oder nicht? Ja, du bist im Trupp. Ich weiß, dass ich dich sehen kann. Okay, cool. Ich weiß, dass ich dich sehe. Untertitelung des ZDF, 2020